Aber was soll's? Bitte lass es gespeichert haben. Bitte, bitte. Nicht allzu weit weg, hoffe ich. Sehr schön. So, die Flasche Wasser muss ich noch mal besorgen. Die Flasche Wasser hat er nicht gespeichert. Liederblume. Müsste ja wieder an der gleichen Stelle sein. Ja. Hm. Hartolz? Wieso ich jetzt eigentlich gerade nur noch den Liederblumen? Hm, die leider gerade nicht da sind. Huch. Ah ne, die Eisbocken aus der Höhle auch nicht gespeichert. Oh Gott. Oh Gott. Also im Arsch der Welt gespeichert. Gut. Schön zu wissen. Ja, Tritsch. Ich weiß, dass ich gleich bin. Danke. Busmenila. Musst du mir nicht noch mal sagen. Ich habe doch vernommen. Mhm. gut. Das Fläschchen. Kältetank des Winters. Dann einmal zu Elsa zurück. Achso. Und? Ich denke mal, die kann ich da wieder so zurückpacken. Also wie viele Gerichte brauchte ich? Aufgaben. 25. Ja. Gut. Weck mich. Hm. Okay, davon habe ich nur 10. 15. Und dann haben wir auch 10. 15. Und mal Zweimal Dreimal Viermal Fünfmal Fünfmal Sieben Viermal 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 Und zehn So, dann nochmal 15 Mh Dann noch einmal 15 Mit was? Jetzt Einmal Zweimal Dreimal Viermal Viermal Fünfmal Sechsmal Siebenmal 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 Achtmal Neunmal Neunmal Zehnmal Elf Elf Zwölf Dreizehn Dreizehn Dürzehn Fünfzehn Fünfzehn Fange Dreißig Drei 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 Gebe ich dir das einmal wieder Hallo mein Freund Drei 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 Hihihi Achso. Ich bin also sicher, dass wir diesem Rätsel gemeinsam auf den Grund gehen können. Ich kann jetzt endlich in die oberen Gebiete. Oh. Oh, zieh. Und oben sind ja noch Nachtdornen. Deswegen kann ich das wahrscheinlich auch direkt in einem Atemzug wegmachen. Oh, die letzte Aufgabe von ihr. Oh mein Gott. Die allerletzte Aufgabe. Dann habe ich Elsa fertig. Dann muss ich nur die anderen machen. So. Fünf Nachtdornen noch. Und zwei, drei sehe ich noch. Oh Mist. Drei, vier. Oh Mist, das reicht nicht. Schade. Ich hatte die Hoffnung, dass es reicht. Genau, ein Nachtdorn fehlt noch. Ein Nachtdorn fehlt noch. Ein Nachtdorn fehlt noch. Ich bin müde. Ich bin müde, aber mir geht's soweit gut. Ich kann mich nicht beklagen. Kann ich die Brücke betreten? Ich kann die Brücke betreten. Wunderbar. Wunderbar. Ich befürchte, hier ist auch nirgendwo mehr Nachtdorn. Huch. Nee, dich wollte ich jetzt eigentlich nicht. Die Verzweifelte suchen nach nem Nachtdorn. Da hinten ist noch einer. Oh mein Gott. Funden. Wir suchen nämlich Steinchen fürs Event. Und... Da brauche ich leider diese komischen Nachtdorn. Sehr schön. Event. Gibt nur 10 Nachtdorn, aber egal. Haben wir 65. Wir haben eine tägliche Diskussion mit Ursula. Ja gut, das schaffe ich heute nur einmal, ne? Ende sind 32 Tage. Das hier können wir jetzt schon holen, ne? Ich hole mir erst mal das hier. Eine Seelenbrunnen hole ich mir einmal. Kann ich auch die nächste Seite. Lass sie erst mal dabei. Was ist hier jetzt dazu gekommen? Ah ja, Herkulas. Sehr geil. Seelenbrunnen. Nice. Kann ich nämlich perfekt zum Dekorieren gebrauchen. Aufgaben. Heringe sollte ich hinkriegen. Da eignet sich eigentlich hier perfekt mit dem hier. Wenn, dann halt 40. Das hier sollte ich hinkriegen. Das sollte ich heute hinkriegen. Und das sollte ich noch hinkriegen. Dann mal gucken, was sie da noch von mir wollen. Oh, hier ist ja jetzt was dazu gekommen. Das ist neu. Und tatsächlich. Der Wasserfall hier ist weg. Wann Wasserfall? Wo immer der Wasserfall ist. Verbunden. Weggeportet. Und hallo, Ryder. Wunderschönen Donnerstag dir. Wir haben doch Donnerstag noch hier. Aufgaben. Aufgaben. Machen wir erst Elsa? Ja, komm. Wir machen erst Elsa. Dann haben wir sie fertig. Oh. Und wenn sie nicht gestorben ist, tun sie sich hier immer noch rum. Wie sieht es eigentlich bei der Aufgabe mit Mini aus? Ah ja, sehr gut. Ich brauche nur noch Lehm. Können wir danach machen? Hallo. Okay, warum? Ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, mich an mehr zu erinnern, sehe ich in meinem Kopf ein Bild der Statue von Anna und mir in der Eistüle. Komm mit mir. Ich will sie mir näher ansehen. Äh, sie ist mir Weihnachts- und Silvester zu mir. Wenn man ab drum rauskommt. Es ist wenigstens schon mal etwas. Hauptsache, sie ist da raus. Huch. Wow, da bist du weit gegangen. Bist du ein bisschen schwindelig? Okay, geht's? Ja, es ist so, dass mir jedes Mal, wenn eine Erinnerung zurückkommt, ein bisschen schwindelig wird. Aber jetzt erinnere ich mich. Wir waren so besorgt, dass wir alles verlieren würden, bevor sie sich zurück in den Zauberwald ging. Wollte ich sicherer gehen, dass etwas in Sicherheit war. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, was. Aber ich erinnere mich, dass Anna darauf bestand, uns zu helfen, die Wappen zu verstecken. Es ist typisch für sie, dass sie helfen will. Ich bin so froh, dass sie meine Schwester ist. Oh. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir beide Glück. Ich bin sicher, Anna kann uns helfen, das letzte Wappen zu finden. Könntest du mit ihr reden, während ich versuche, mich an mehr zu erinnern? Mhm. Jo. Du guckst mich schon so an, ne? Ähm... Okay, es ist halb. Gehe ich nämlich jetzt schon mal mit dem Hund? Oh, zu wahr, nämlich seit ich aufgestanden bin nicht mehr. Ja? Ich war... Wir gehen jetzt raus, Süße. Es hat keinen Bock, ich weiß. Ähm... So. Dann bin ich nämlich gleich wieder da. Bis zum nächsten Mal.